Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM in Mewersen mit Modern War Season 5. Auf uns wartet hier eine Swarming Abduction und unser Trupp ist auch bereit. Es ist überwiegend ein Lehrlingstrupp. Angeführt werden wir von Kehinde. Bashar, einer unserer neueren Scouts, ist hier der Scout. Minato Nakajima, unser Sniper. Detlef, unser Rocketeer, habe ich dir auch den richtigen Raketenwerfer gegeben? Ja, habe ich. Dann haben wir Tariq als Gunner. Ning Hong ist unser Medic. Dann haben wir noch die Schwester vom Tariq als Ingenieur dabei und wir haben unseren Goliath, also einen von unseren beiden dabei. Und ich würde mal sagen, wir können direkt aufbrechen und gucken wir es uns mal an. Das ist eine Close-Quarters-Map, also mal gucken. wie es uns da ergehen wird. Transporter ist eingetroffen. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Lokale Regierungstruppen berichten von einem gezielten Angriff der Aliens in einem bevölkerungsreichen Gebiet. Sie zählen auf unsere Unterstützung. Ich würde mal darauf tippen, dass das hier der kleine chinesische Friedhof ist, wo man Seng bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Geheimdienstdaten gibt. Genau. Der. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Genau. Du gehst hier erst mal in die Luft. Hm. Jede einzelne Bewegung könnte hier für uns tödlich enden. Moment, wo sind die? Ich würde mal sagen, ein Pott ist hier und ein Pott ist da. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Runde abwarten und gucken, was passiert. Gut. Weil jede einzelne Bewegung könnte beide auslösen. Dann haben wir ein Problem. Nun gut. Warten wir es ab. Was haben wir? Mutons. Gib mir mal einen Battlescanner hier hin. Befechtscanner läuft. Hm. Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Also ein Floater ist unser kleinstes Problem. Dann haben wir hier zwei Mutons, ein Berserker, drei Elite-Mutons. Und hier drüben war ja auch nochmal ein Pott. Auf. Ja, da könnt ihr definitiv hingucken. Gehinde, geh mal hier hin. Oh, sich jetzt auf die Flanken aufzuteilen, ist aber auch keine so gute Idee. Geh mal hier hin. So weit, so gut. Dich könnte man hier hinten verstecken. Oh, sind nur Drohnen. Hm. Sniper? Mach mal eine weg. Ich glaube, für die anderen dreien werden wir eventuell eine Rakete opfern. Geh du mal hier rüber. Ja, ich glaube, das wird das klugste sein. Na komm, weg damit. Detlef benötigt ja eh noch eine ganze Menge Erfahrung. Und da wir jetzt diesen guten Blaster-Launcher haben, wo wir eigentlich kaum zielen müssen, kann man das schon mal machen. Oh, war das eine Menge Schaden. Gut, der erste Pott ist weg. Ähm, Feldposten? Und Fatima geht hier hin. Na gut, dann würde ich mal sagen, Feldposten für den Rest. Und schauen wir mal, wo die sich hinbewegen. Gut. Ich würde mal sagen, diesen Pott hier schenkt mir schon mal eine Schredder-Rakete. Viel Spaß damit. Mit etwas Glück kommen die alle samm zu uns. Ja, war eine gute Schredder. Nun gut. Ähm, Fatima, sprengst du den mal bitte die Deckung weg? Natürlich musst du noch einen Meter näher ran. Wenn du die beiden killst. Ist auch in Ordnung. Nein, die sind nicht gekillt, aber hey. Wie locken wir den näher ran? Ding Hong. Probierst du. 66 Prozent. Komme ich da irgendwo holozielen hier? Ohne großen Aufwand wohlgemerkt. Von dir. Von dir. Nein, Saison hast du ja eh noch nicht. Dann kommen holozielen. Sehr schön. Nur keine Panik, Leute. So, dann schießt du ihm auch mal ins Gesicht. Daneben. Die Hände 80 Prozent. Gut. Oh. Nun gut. Dann werden wir den Dicken wohl mal verprügeln müssen. Das Auto explodiert dabei nicht. Ohne, das ist mir zu gefährlich. Na dann. Schieß einfach mal. Ja, damit würdest du das Auto kaputt machen. Und unseren Leuten Schaden zufügen. Das brauchen wir nicht. Feuer. Nicht an ihm schießen. Er zu überlebt. Nicht dein Ernst. So. Du darfst dir einen von den Mewtons holen. Im Idealfall den, der am weitesten weg ist. Sehr schön. 66 Prozent. Panik funktioniert bei dem nicht. Na komm, Feuer. Nein. Komm, jetzt aber. Oh nein. Probleme. Mach kein Quatsch, hörst du? Genau, in Yamaguchi darfst du angreifen. Au. Ist in Ordnung. Damit kommst du klar. Damit haben wir kleinere Probleme. Und er regeneriert Gesundheit. Nun gut. Ne, du schießt auf den da oben. Gut. Schonakill. Ähm. Griff für Yamaguchi. Geht doch. Erledigt. Weißt du was. Panik für dich. Vielleicht haut das ja hin. Schreien. Haut hin. Immer noch 59 Prozent. Probier's einfach. Nope. Du flickst mir mal unseren Mech zusammen. Ei, 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 ei. Hat der ja viel Schaden genommen. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. Hm. Geh mal hier hin. Nö, lass mal. Wir gehen da schön langsam ran. Äh, dann flickst du mir hier noch weiter am Mech zusammen. Nicht, dass er gegen die Elite-Mutons schlecht aussieht. Das will ja keiner. Detlef geht hier hin und macht sich hier steady. Gut, ja, aber Gucci fliegt sich selber zusammen. Ja, ich weiß, da ist überall ein Mail. So, Fatima. Danke. Und Feuer frei. Sehr gut. So können wir uns natürlich auch machen. Geh mal hier hin. Und, reicht es bei dir? Sagt mal, worauf schießt denn ihr? Ähm. Hm, Flammenwerfer für euch Jungs. Ich glaube nicht. Munition nachgeladen. So. Detlef geht hier hin, macht mir eine Rakete steady. Ähm. Said, holt mal hier hin auf. 56%. Probiere es einfach. Geht doch. Äh. Nachladen und. Nächste Weapon kannst du noch nicht. Ruck du mal hier hin vor. Ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben. Gut. 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 Du lässt dich hier mal zusammenflicken. Verstanden, Commander. Ja, Meld, werden wir bei dieser Mission leider nicht viel bekommen. Denn ich möchte jetzt ehrlich gesagt durchladen. Wieder am Start. Nachgeladen. Geht mal bitte hier hin. Es ist zwar nur halbe Deckung. Aber hey. Für eine Rakete wird es reichen. Bestellte. Nachgeladen. Ich bin schon auf dem Weg. Hier mal zwei Felder nachrücken. Und du. Steady. Sie wäre jetzt schon, wenn wir die Elite-Mutons in uns reinrennen würden. Dadurch hätten wir einen kleinen Vorteil gegen sie. Oh. Die Elite-Mutons haben noch ein. Eterer dabei. Nun gut. Dann müssen wir jetzt Felder zielen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Also diese Linie, wo der Mewton liegt, ist sicher. Mhm. Gehst du hier hin? Oh nein. Oh nein. Tira, was machst du? Bleibst du da stehen? Dann schenken wir dir erstmal eine Schredder-Rakete ein. Genau. So, next one, please. Dass die einfach mal eine Tira dabei haben müssen. Oh. Drohnen haben die auch noch dabei. Hm. Du kommst in keine bessere Deckung, wie es aussieht. Moment. Nö. Hm. Geil, wo ich dich hinstelle, bist du gefährdet. Ähm, schieß mal auf den Aethera. Wir haben da schon mal Schaden ohne Endefrist. Gut. Mit etwas Glück wird er sich an seinen Kollegen hochheilen. Das bedeutet, dass ich dich hier verstecken muss. Hm. Lad nach. Du kannst uns hier mal ein Fake posten. Schade, dass ich es so nicht hinhaut. Ähm. Zieh meinen Kopf ein. Dann schauen wir mal. Drohne 1 weg. Das Problem ist, dieser Overwatch war eher für den Elite-Demütern gedacht. Jetzt kommen die ganzen Drohnen hier angeflogen. Die Frage ist, was macht der Aethera? Der kommt näher. Ich hoffe, der macht keinen Quatsch. Oh nein. Detlef, pass auf. Oh, oh. Huuu. Holy. Ähm. Detlef, pass auf. Huuu. Der Tierer steht genau da. Und wir haben noch genau zwei Raketen für euch. Na komm. Erstmal die Rakete. Dann gibt's ne... Nein, ich hätte erst ne... Chem schmeißen sollen. Verdammt. Verdammt. Gut. Das korrigieren wir jetzt mal kurz. Hast du noch ne Ham? Ähm, nein. Weißt du was? Wir brauchen direkten Schaden. Und Minato ihn eventuell snipen kann. 97 Prozent. Sehr schön. Der ist erledigt. Oh. Ich hasse diese Viecher. Ne, du sprittest mir zu nirgendwo hin. Ähm, wie bekommen wir jetzt die Deckung down. Also von dem hier. Ich könnte dich einem Overwatch aussetzen. Schön, dass die ganzen Drohnen wenigstens gelandet sind. Wir treffen trotzdem nicht. Ziel steht noch. Nochmal 91 Prozent. Immerhin. So, dann einmal Feuer auf dich. Nope. Na komm. Hast dir Obacht. Ich mache mich auf den Weg. Genau. Geh mal hier hin. 53 Prozent. Eieieieiei. Zielsystem wird neu ausgerichtet. Die dürften dich da eigentlich nicht flankieren können. Die könnten nicht sauber wegpusten. Am Feldposten. Du gönnst uns mal hier eine Rauchgranate. Und auch hier drüben. Dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern. Dann sind die alle erledigt. Genau so. Ja, schön. Wo rennst denn du schon wieder hin? Immerhin hatte ich keine Hände erledigt. Gut gemacht. Gut Job. Das war's mit den Drohnen. Jetzt sind nur noch drei Gliedsmutons übrig. Und die können haarig werden. Die machen gar nichts. What? Also gut. Dann sprengen wir dir erstmal die Deckung weg. Schade, dass wir kein Arx-Roy eingepackt haben. Das wäre schön geworden. Gut. Feuer frei. Nicht einmal in Overwatch sind die gegangen. Die haben ja Nerven. Geh mal hier hin. Dann kannst du mir den hier ankokeln. Oh, du kannst sogar beide ankokeln. Das ist noch besser. Wunderbar. So, jetzt müssen wir den da irgendwie platt bekommen. Probier's einfach. Ja doch, damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Ähm. Fatima, geh bitte hier hin. Dann sprengst du dem hier noch seine Deckung weg. Die benötigt er nicht mehr, hab ich gehört. Gut. Dann lass, hör raus! Gut. Ambassador, wo bist du? Hier. 66% ist zwar nicht viel, aber es reicht auch nicht. Schuss hat nicht gesessen. 80%. 80%. Sehr gut. So. Jetzt muss ich die Kills einteilen. Geh mal bitte hier hin. Lad erst mal nach. Die beiden sind in Panik. Bis auf den hier. Oh nein. Oh nein. Oh. Mehr Glück als Verstand. Nun gut. Dich besser aufpassen müssen. So. Dann pügelst du die mal kaputt. Und weg damit. Sehr schön. Ähm. Wir haben ja gesagt, dass du gerne mal ein Kill hättest, ne? Wenn es bei dir nicht reichen sollte, dann probiert es Fatima nochmal, weil die braucht auch Kills ohne Ende. 96% reichen nicht aus. So. Hm. Die beiden eigentlich den gleichen Rang. Ja. Na komm. Command auf Fatima. Diesmal schafft sie's. Go. Reicht doch. Beziehungsweise geht doch. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Danke, Bradford. Weiter. Ja, war ne schöne Mission. Selbst die Anianetera konnten die nicht richtig einsetzen. Können wir wirklich von Glück reden, dass wir ihn so leicht erledigen konnten. Das meiste davon war auch dem Blaster Launcher geschuldet. Es stimmt einen natürlich immer zuversichtlich, wenn unsere Truppen heil aus dem Einsatz zurückkehren, Commander. Ich hoffe nur, dass es uns in absehbarer Zeit gelingt, weiteres Meld zu erbeuten. Ich dachte schon, sie sagt irgendwas von Aber. Wie viel Meld haben wir denn bekommen? Nicht. Alles klar. Hat doch ne Runde länger gedauert. Oder für ne weitere Terra-Leiche für unsere Sammlung. Why not? Wir bleiben in Kontakt, Commander. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas im Plan? Moment mal kurz. Hangar-Lückzackliste. Hier könnte man die Plasma-Kanone wegnehmen. Genau. Dann dürft ihr hier mal ne Laser-Kanone. Wir bekommen bald nur einen Firestorm. Und der bekommt dann die Plasma-Kanone. Nun gut. Weiter scannen. Weiter haben wir eine Kalküre, ein Elite-Muton-Gefangener für zwei Stabs-Gefreite. Das finde ich jetzt nicht so gut. Da bekommen wir bessere Angebote. Nicht jetzt. Weil Stabs-Gefreite sind ja einzeln unter dem Unteroffizier. Wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ne, ne, ne. Da können wir bessere Leute für bekommen. Und im Zweifelsfall auch etwas mehr Geld. Von welchem Land kam die Anfrage? Von den USA. Ja gut, damit wir das Schild ein bisschen auffüllen. Da könnten wir es dann machen. Und meld für einen Unteroffizier. Ne. Na komm, den Elite-Muton, den liefern wir mal aus. Gut, weiter. So, unsere Walküre ist fertig. Sehr schön. Und der Ratsbericht ist in zwei Tagen. Da haben wir irgendwo ein Land, was sich abspalten möchte. Oder irgendwo, wo man noch in Satelliten hinschießen sollte. Nein. Gut, weiter. Danke. Danke. Ja, ich glaube auch, dass wir das besser hinbekommen. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Natürlich, ich mach das. Moment, wie viel Kohle haben wir denn eigentlich übrig? 924. Brauchen wir gegenwärtig irgendetwas? Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Na komm, wir gönnen uns jetzt eine zusätzliche Titan-Rüstung. Und vielleicht nochmal zusätzliche Walker-Servos. Ähm, 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 ähm. Wo ist denn das Laufgetriebe? Hier. War ja relativ günstig. Da kann man sich gerne mal eins gönnen. Wie schaut's eigentlich mit unseren Gerätschaften hier aus? Zielen dreimal. Bauen wir nochmal zwei. Ähm, 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 Schub. Da kannst du auch nochmal zwei nachbauen. Und die haben immer noch keine neuen Cyberdiscs. Nun gut. Äh, das hat die Lieten zerstören. Na komm, geh du mal drauf. Ja, meine Stinken sind mir doch irgendwie heilig. Ich hoffe nur, du frisst nicht zu viel Schaden. Keine Überlebenden, aber doch eine ganze Menge Schaden gefressen. Das ist nicht gut. Wie viel war das? Ähm, 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 8 Tage. Ja gut, hoffen wir mal, dass der Overseer nicht über Nordamerika auftaucht. Xander Bear hat einen Misserfolg. Nun gut. Wen haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Ja, auf jeden Fall kehren immer mehr Verletzte wieder zurück. Das ist doch schön. Unser zweiter Goliath ist auch bald einsatzbereit. Das freut mich. Ja, komm schon. So ein bisschen Psi-Panik kann ja nicht schaden. Äh, 10 Kristallinen für zwei Wissenschaftler. Na komm, machen wir einfach mal. Brauchen wir zwar nicht, aber kann man machen. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihren Befehl kann da ein Setz erfolgen. Und haben jetzt eine ganze Menge Satelliten übrig. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihren Befehl kann da ein Setz erfolgen. In sechs Tagen ist der nächste Firestorm fertig. Sehr schön. Yay, Tendayaki hat bestanden. Sonst noch irgendjemand, der da gerne möchte. Dalaram vielleicht. Na komm, machen wir mal das Verzerrungsfeld. Und weiter. Hm, weitermachen. Und dann nächstes Satellitenkiller. Na komm, geh du mal drauf. Da kommt es nur noch so ein bisschen Zielhilfe. Ich hab doch drauf geklickt. Ach nö, jetzt hab ich den Major verloren. Na komm, gib ihm den Rest. Ja, das war jetzt wirklich ätzend. Feind ist anvisiert. Sind im Ziel anzunehmen. Gut, und wir haben eine Crashzeit für die nächste Folge. Was haben wir denn? Mechtheut, Sektheut, Drohnen, Schweber, Außenwäldler. Na ja, damit sollten wir klarkommen. So meine Freunde, dann würde ich mal sagen, war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.